Hallo, mein Name ist David Albert Rath, der 21. Wie Sie aus meinem Namen ableiten können, gibt es meiner Familie schon eine ganze Weile. Seit Generationen bieten wir innovative Lösungen für Probleme jeglicher Art. Haben auch Sie ein Problem, dann kommen Sie zu mir. Denn nur Rath gibt Rath. So auch im Jahre 1516, als mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater das Reinhetzgebot an Herzog Wilhelm IV. von Bayern verkauft hat. Oder haben Sie sich nie gefragt, warum das Radler Rathler heißt? Das denken Sie doch alles aus. Sie glauben mir nicht? Nein. Hier, Thomas Edison. Ja, der Finder der Glühbirne, ja. Fast. Rechts neben ihm einer meiner Verwandten, Rath der 16. Er verkaufte ihm die Idee, zwei Wochen später ist dieses Foto entstanden. Steve Jobs hat die Idee für das iPhone übrigens von mir gekauft. Aha. Nun zu Ihrer Idee. Also, ich war gestern auf dem Klo und da hatte ich mir die Frage gestellt, wie wickelt man Klopapier eigentlich richtig ab? Von vorne oder von hinten? Das ist doch ganz einfach. Wenn Sie es vorne rüber laufen lassen, haben Sie den optimalen Reibungswiderstand. Hintenrum jedoch, dann haben Sie einen... Moment, da musste ich hier irgendwas noch haben. Geben Sie mal ein bisschen Zeit, ich finde das heraus. Geben Sie mal ein bisschen Zeit. Es gibt keine Lösung. Es gibt keine Lösung.